Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Questguide für WoW. Heute zeige ich euch die Quest Segen von Kimbul. Hier müsst ihr einen Dialog durchschreiten und müsst die richtigen Phrasen klicken. Bei der ersten Frage müsst ihr anklicken, ich suche den Segen des Lores, das ist die dritte Zeile. Bei der zweiten Frage, was lehrt uns der springende Tiger, müsst ihr die fünfte Antwort, seid immer mutig bei allen euren Taten anklicken. Bei der dritten Frage, was ist die wahre Quelle der Macht, müsst ihr die erste Antwort anklicken, ein unbezwingbarer Wille. Bei der vierten Frage, welches Leben ist erstrebenswert, müsst ihr antworten, ein ehrenvoll verbrachtes Leben, das ist Antwort Nummer 4. Bei der fünften und letzten Frage, was sehen die mit der klaren Sicht, müsst ihr die zweite Antwort anklicken, sie erkennen, dass sie zur Natur gehören. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschömmi-dü!